Ein Akkumulator oder Akku ist ein wiederaufladbarer Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis. Das lateinische Wort Accumulator bedeutet Sammler. Eine frühere Bezeichnung für Akkumulatoren war Sammler. Ein einzelnes wiederaufladbares Speicherelement wird Sekundärelement oder Sekundärzelle genannt. Im Gegensatz zur nicht wiederaufladbaren Primärzelle, Sekundärzellen lassen sich wie Primärzellen und alle elektrische Energiequellen zusammenschalten. Entweder in Reihenschaltung oder aber in Parallelschaltung. Beide Schaltungsvarianten führen zur entsprechenden Erhöhung des Gesamtenergiegehalts der Anordnung. Bei jedem Akkumulatortyp ist die Nennspannung der Akkumulaturzelle durch die verwendeten Materialien festgelegt. Da jene für die meisten Anwendungen zu gering ist, wird häufig die Reihenschaltung angewandt, um die Spannung zu erhöhen. Die Kapazität und die mögliche Stromstärke hängen dagegen von der Baugröße ab. Deshalb ist eine Parallelschaltung mehrerer Zellen in der Regel nicht nötig. Stattdessen verwendet man einen Akku mit entsprechend groß, dimensionierten Zellen. Begriffsklärung Akkumulator Ursprünglich war mit Akkumulator ein einzelnes wiederaufladbares Speicherelement gemeint. Heute bezeichnet der Begriff zumindest in der Allgemeinsprache auch wiederaufladbare Speicher, die aus zusammengeschalteten Sekundärzellen bestehen. Wenn es auf den Unterschied ankommt, sollte man genauere Bezeichnungen verwenden. Einzelne Speicherelement Sekundärzelle Sekundärelement Akkumulatorzelle Akkuzelle Zusammengeschaltete Speicherelemente ZB Akkupackbatterie aus Sekundärzellen Hauptartikel Im technischen Sinn ist eine Batterie eine Kombination mehrerer gleichartiger galvanischer Zellen bzw. Elemente, die in Reihe zusammengeschaltet sind. Es gibt Batterien aus Primärzellen und solche aus Sekundärzellen. Ursprünglich waren mit Batterien nur solche aus Primärzellen gemeint. Seit der Ausbreitung der wiederaufladbaren Speicher ist diese einschränkende Definition veraltet. In der Umgangssprache dient Batterie jedoch als Oberbegriff für Batterien, Primärzellen und Sekundärzellen. Es wird deshalb oft von Batterien gesprochen, wenn eigentlich nur einzelne Primärzellen oder Sekundärzellen gemeint sind. Beide Zellentypen sind in untereinander austauschbaren Baugrößen auf dem Markt und beide werden im Englischen Batterie genannt. Was zur Verwirrung beitragen dürfte, Akkuzellen sind im Englischen Rechargeable Batteries. Elektrische Verbraucher, die sowohl mit Primär- als auch mit Sekundärzellen betrieben werden können, werden deshalb oft einfach Batteriebetrieben genannt. Nur dann, wenn im täglichen Umgang mit dem Gerät die Wiederaufladbarkeit eine besondere Rolle spielt, bevorzugt man die Bezeichnung Akkubetrieben. Im technisch-wissenschaftlichen Rahmen spricht man wegen der Dominanz des Englischen zunehmend von wiederaufladbaren Batterien oder sekundären Batterien. Kondensatoren speichern ebenfalls elektrische Energie und geben diese wieder ab, allerdings nicht in chemischer Form, sondern in einem elektrischen Feld zwischen den Kondensatorplatten. Sie sind daher keine Akkumulatoren. Geschichte Die erste Vorform eines Akkumulators, der im Gegensatz zu den Zellen von Alessandro Wulter nach der Entladung wiederaufladbar war, wurde 1803 von Johann Wilhelm Ritter gebaut. Den bekanntesten Akkutyp, den Blei-Akkumulator, entwickelte 1854 der Mediziner und Physiker Wilhelm Josef Sinnsteden. 1859 entwickelte Gaston plante Sinnstedens Erfindung durch eine spiralförmige Anordnung der Bleiplatten erheblich weiter. Um die Wende zum 20. Jahrhundert speisten von Holz umfasste Blei-Akkumulatoren Elektroantriebe für Automobile. Die Akkutechnik nahm in der Zeit eine rasante Entwicklung. Folgender vom Telegraphen-Technischen Reich samt 1924 veröffentlichter Text zeigt das am Beispiel der damals etablierten Telegraphie und noch jungen. Telefonie-Akkumulatoren werden hier Sammler genannt und Batterien waren Ansammlungen galvanischer Elemente. 1899 waren für den Telegraphen wie für den Fernsprecher nasse und trockene Elemente die hauptsächlichen Stromquellen. Für den Telegraphen wurden Batterien vorwiegend aus Zink-Kupfer-Elementen verwendet. Im Fernsprechdienst waren daneben hauptsächlich nasse, Zink-Kohle und Trockenelemente in Benutzung. Als leistungsfähigere Stromquellen wurden nach 1900 Sammler, die vereinzelt schon seit dem Jahre 1895 zum Betriebe der Mikrofone bei den größten Fernsprechämtern verwendet worden waren, in größerem Umfang eingeführt. Zur Ladung der zwölfzelligen Batterie stellte man beim Amt Dynamo Maschinen auf, die mit einer eigenen Kraftanlage ausgerüstet waren oder aus dem örtlichen Starkstromnetz angetrieben wurden und den erforderlichen Gleichstrom in passender Stromstärke und Spannung lieferten. Es wurde anfangs allgemein im wechselnden Lade- und Entladebetrieb gearbeitet. H. Abwechselnd speiste die eine Batterie das Amt, während die andere geladen wurde. Später ging man dazu über, den Strom für das Amt unmittelbar Dynamo Maschinen zu entnehmen, deren elektrische Eigenschaften diesen Zwecke besonders angepasst werden mussten und ihnen eine Puffer-Batterie parallel zu schalten. Technologie In einem Akkumulator wird beim Aufladen elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt, wird ein Verbraucher angeschlossen, so wird die chemische Energie wieder in elektrische Energie zurückgewandelt. Die für eine elektrochemische Zelle typische elektrische Nennspannung, der Wirkungsgrad und die Energiedichte hängen von der Art der verwendeten Materialien ab. Die Akkumulatortypen werden nach den verwendeten Materialien bezeichnet. Li-Ion-Lithium-Ionen-Akkumulator Oberbegriff für verschiedene Lithium-Akkumulator-Typen LMP-Lithium-Metall-Polymer-Akkumulator Na-Nickel-Natrium-Nickel-Chlorid-Hochtemperatur-Batterie Enast-Natrium-Schwefel-Akkumulator-Hochtemperatur-Akku mit 2-V-Zell-Spannung Naion-Natrium-Ionen-Akkumulator Ni-CD-Nickel-Kadmium-Akkumulator Ni-Fe-Nickel-Eisen-Akkumulator Ni-H2-Nickel-Wasserstoff-Akkumulator Ni-MH-Nickel-Metallhydrid-Akkumulator Ni-Sen-Nickel-Zink-Akkumulator P-B-Blei-Akkumulator P-T-M-A-Modifiziertes P-T-M-A 2,2-6,6-T-E-T-R-A-M-E-T-H-Y-L-P-I-P-E-R-I-D-I-N-O-X-Y-4-Y-L-Metacrylat Ein umweltverträgliches organisches Polymer RAM-Rechargeable Alkaline-Manganesche SNC-Li-2-S-Zin-Schwefel-Lithium-Akkumulator Silber-Zink-Akkumulator Vanadium-Redox-Akkumulator Zink-Brom-Akkumulator Silizium-Luft-Akkumulator Energiedichte und Wirkungsgrad Für viele Anwendungen Insbesondere für mobile Geräte Im Bereich der Unterhaltungselektronik Hörgeräte oder auch Fahrzeuge Ist die Energiedichte von Bedeutung Je höher diese ist, desto mehr Energie Kann in einem Akku je Volumen Beziehungsweise Masseneinheit Gespeichert werden Die auf die Masse bezogene Energiedichte Wird oft auch als spezifische Energie Bezeichnet Bezogen auf markttypliche Typen Weisen Akkumulatoren im Allgemeinen Eine geringere Energiedichte als Primärzellen auf Oft sind Akkus mit besonders hoher Energiedichte Überproportional teuer Oder weisen auch andere nachteilige Eigenschaften auf Insbesondere eine beschränkte Lebensdauer So kosten Blei-Akkumulatoren typischerweise 100 Euro Leion-Akkus hingegen derzeit typischerweise 350 Euro Tendenz fallend Ursachen sind die Anlaufende Massenproduktion Welche die Stückkosten durch bessere Technik und Skaleneffekte Deutlich verringern Allerdings werden die sinkenden Produktionskosten nur verzögert an die Kunden weitergegeben Da auf diesem Markt speziell in Deutschland Durch die wenigen Angebote nur ein geringer Preisdruck besteht Beim Aufladen und Entladen von Akkumulatoren wird durch den inneren Widerstand der Zellen Wärme freigesetzt Wodurch ein Teil der zum Aufladen aufgewandten Energie verloren geht Das Verhältnis der entnehmbaren zu der beim Laden aufzuwendenden Energie wird als Ladewirkungsgrad bezeichnet Generell sinkt der Ladewirkungsgrad sowohl durch Schnellladung mit sehr hohen Strömen als auch durch schnelle Entladung Da die Verluste am Innenwiderstand zunehmen Das optimale Nutzungsfenster ist dabei je nach Zellchemie stark unterschiedlich Ein Vergleich zur Speicherung elektrischer Energie zeigt die Vor- und Nachteile von Akkus gegenüber anderen Speicherverfahren Ladungsmenge Hauptartikel Die Ladungsmenge die ein Akkumulator speichern kann wird in APR Stunden angegeben und als Kapazität bezeichnet Diese darf nicht verwechselt werden mit der Kapazität eines Kondensators Die in R Sekunde definiert ist und in der Einheit Fahrrad angegeben wird Die angegebene Nennkapazität beim Akku bezieht sich immer auf einen bestimmten Entladestrom und nimmt je nach Akkutyp unterschiedlich stark mit höheren Entladeströmen ab Ein wichtiger Kennwert von mit Sekundärbatterien betriebenen Geräten ist der Ladezustand von Akkumulatoren Er wird üblicherweise in Prozentwerten angegeben wobei 100% einen vollständig geladenen Akkumulator repräsentieren Zur Bestimmung sind verschiedene Methoden gebräuchlich Chemische, Spannungsabhängige, Stromintegrative, Druckabhängige sowie die Messung der Akkumulatorempedanz Der Kehrwert des Ladezustands ist der Entladungsgrad Wird ein Akku nicht verwendet so verliert er über die Zeit einen Teil seiner gespeicherten Energie Diesen Vorgang nennt man Selbstentladung Das Maß der Selbstentladung hängt von Typ und Alter des Akkumulators sowie von der Lagertemperatur ab Für die Lagerung von Akkus wird meistens folgendes empfohlen Lion Ladezustand 60% 20 Grad Celsius Selbstentladung monatlich kleiner als 2% Bleiakkumulator Ladezustand 100% möglichst kühl lagern Selbstentladung monatlich 5 zu 10% bzw. 2 zu 5% Ein über längere Zeit entladener Akku ist zerstört NIMH Ladezustand 40% Selbstentladung monatlich um 15 zu 25% Neuere Typen als NIMH mit geringer Selbstentladung mit nur etwa 15% im Jahr NICD Ladezustand 40% Selbstentladung monatlich um 10% Alkali-Manganram-Zellen Ladezustand 100% Zellspannung sollte nicht unter 1,2V sinken Sanyo hat 2005 einen modifizierten NIMH-Akku namens Eneloop auf dem Markt gebracht Der einer Selbstentladung von lediglich 15% unterliegt Es handelt sich hierbei um sogenannte LSD-Akkus Die aufgrund ihrer geringen Selbstentladung als bereits vorgeladene Akkus verkauft werden und daher im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus vor der ersten Benutzung durch den Käufer nicht aufgeladen werden müssen Alle Angaben zur Selbstentladung beziehen sich auf eine Raumtemperatur von ca. 20 Grad Celsius Lebensdauer und Zyklenfestigkeit Lithium-Eisenphosphat-Akkumulatoren erreichen nach Herstellerangaben mehr als 5000 Zyklen bei jeweiliger Entladetiefe von 70% Als weltgrößter Hersteller von Lithium-Eisenphosphat-Akkumulatoren gilt BYD der durch präzise Fertigung eine große Auswahl an Zellen für zyklenfeste Anwendungen wie z.B. im Einsatz bei stationären Speichersystemen entwickelt hat Nach 7500 Zyklen mit einem Entladungsgrad von 85% haben diese noch eine Restkapazität von mindestens 80% bei einer Rate von 1c Das entspricht bei einem Vollzyklus einer Lebensdauer von mindestens 20,5 Jahren Der Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator Sony Forteline hat nach 10.000 Zyklen mit 100% Entladungsgrad noch eine Restkapazität von 71% Dieser Akkumulator ist seit 2009 auf dem Markt In Solarbatterien eingesetzte Lithium-Ionen-Akkumulatoren weisen teilweise eine sehr hohe Zyklenfestigkeit von mehr als 10.000 Lade- und Entladezyklen und eine lange Lebensdauer von bis zu 20 Jahren auf Plug-in Amerika hat unter Fahrern des Tesla Roadster eine Umfrage durchgeführt bezüglich der Lebensdauer der verbauten Akkus Dabei ergab sich, dass nach 100.000 Meilen ist gleich 160.000 Kilometer die Akkus noch eine Restkapazität von 80 bis 85% hatten Dies war unabhängig davon, in welcher Klimazone das Fahrzeug bewegt wurde Der Tesla Roadster wurde zwischen 2008 und 2012 gebaut und verkauft Für seine 85 kWh-Akkus im Tesla Model Es gibt Tesla 8 Jahre Garantie mit unbegrenzter Laufleistung Vata Storage gibt auf seine Produktfamilie Engine Family und Engine Home eine Garantie von 14.000 Vollzyklen und einer Lebensdauer von 10 Jahren Das meistverkaufte Elektroauto ist der Nissan Leaf, welcher seit 2010 produziert wird Nissan gab 2015 an, dass bis dahin nur 0,01% der Akkus wegen Defekt oder Problemen ausgetauscht werden mussten und das auch nur aufgrund externen zugefügter Schäden Dabei gibt es vereinzelt Fahrzeuge, die bereits mehr als 200.000 Kilometer gefahren sind Auch diese hätten keine Probleme mit dem Akku Ladezeiten Elektroautos wie Tesla Model S, Renault Zoe, BMW i3 USW können ihre Akkus an Schnellladestationen innerhalb von 30 Minuten zu 80% aufladen In Laboratorien der Firma Stodot aus Israel können berichten Zufolge erste Labormuster von nicht näher spezifizierten Akkus in Mobiltelefonen mit Stand April 2014 in 30 Sekunden geladen werden Forscher aus Singapur haben 2014 einen Akku entwickelt, der nach 2 Minuten zu 70% aufgeladen werden kann Die Akkus setzen auf die Lithium-Ionen-Technik Jedoch besteht die Anode der negative Pol in der Batterie nicht mehr aus Graphit, sondern einem Titandioxid-Gel Das Gel beschleunigt die chemische Reaktion deutlich und sorgt so für ein schnelleres Aufladen Insbesondere sollen diese Akkus in Elektroautos verwendet werden Bereits im Jahr 2012 haben Forscher der Ludwig-Maximilian-Universität in München das Grundprinzip entdeckt Wissenschaftler der Stanford-Universität in Kalifornien haben einen Akku entwickelt, der innerhalb einer Minute aufgeladen werden kann Die Anode besteht aus Aluminium und die Kathode aus Graphit Das Elektroauto Volai der Firma E++ Ideanda basierend auf dem Rima Concept One enthält Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, die innerhalb von 15 Minuten wieder aufgeladen werden können Nach Angabe des Herstellers BYD ist der Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus des Elektroautos C6 an einer Schnellladestation innerhalb von 15 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen Nach 40 Minuten zu 100 Prozent Forscher der Justus-Lebig-Universität Gießen haben zusammen mit Wissenschaftlern der BASFC eine neue reversibel arbeitende Zelle auf Basis von Natrium und Sauerstoff entwickelt Als Reaktionsprodukt tritt hierbei ein Atrium-Superoxid auf Festkörper-Akkumulatoren sind eine spezielle Bauform, bei welchem beide Elektroden und auch der Elektrolyt aus verschiedenen, festen Materialien bestehen Da keine Flüssigkeiten vorhanden sind, gibt es kein Problem mit Undichtigkeiten, sollte der Akkumulator beschädigt werden Auch wird an Akkumulatoren aus organischem Material gearbeitet Wissenschaftler der Stanford-Universität in Kalifornien haben einen neuartigen Akku mit sehr günstigen Eigenschaften entwickelt Die Anode besteht aus Aluminium und die Kathode aus Graphit Der Akku schafft mehr als 7500 Ladezyklen ohne Qualitätseinbußen Die zur Fertigung des Akkus notwendigen Materialien sind sehr kostengünstig und zudem sehr leicht Der Akku kann nicht in Brand geraten, selbst wenn man den Akku durchbohrt Der Ladevorgang beträgt eine Minute Zudem ist der Akku biegsam und kann somit in eine gewünschte Form gebogen und gefaltet werden Der Akku ist noch nicht marktreif, da die Spannung und die Energiedichte noch zu gering sind Nach Schätzungen werden bis 2025 bzw. spätestens 2030 die Lithium-Schwefel wie auch die Lithium-Luft-Akku-Technologie im Automobilbereich einsetzbar sein Beide haben eine höhere Energiedichte als die im Jahr 2015 eingesetzte Lithium-Ion-Technologie und versprechen höhere Reichweiten in der Elektromobilität Ein Team angeführt von Jan Y.U. an der University of Science and Technology of China in Hefeu haben einen Akku entwickelt Der eine hohe Kapazität und Spannung aufweist, auch wenn er 2000 Mal g- und entladen wurde Er basiert auf Trinatrium-Divanadium-Trifosphat-3 im Innern eines Grafen-Mematerials Preisentwicklung Bleiakkumulatoren kosten typischerweise 100 Euro Leion-Akkus kosteten im Januar 2014 hingegen typischerweise rund 110 Euro Die Preise für Leion-Akkus sind seit 2011 deutlich gefallen Auf einer Konferenz für Elektromobilität im Oktober 2013 erwähnte der Trendforscher Lars Thomsen, dass Tesla seine Akkus zum damaligen Zeitpunkt für 200 US-Dollar verbaut hat Für das für den Herbst 2016 geplante E-Mobil-Bolt rechnet General Motors mit 145 US-Dollar sowie einer Reduktion auf 100 US-Dollar bis 2022 Ursachen für den Preisrückgang sind die zunehmende Massenproduktion, welche die Stückkosten durch bessere Technologien und Skaleneffekte verringert hat Im deutschen Einzelhandel werden LivePo 4 Akkuzellen ab etwa 420 Euro angeboten Die Powerpack von Tesla kostet im Frühjahr 2.0162.50 US-Dollar Die Powerpack von Tesla kostet im oui-dies-dingen steaks immänlich